Hallo und gute Nacht, äh, guten Tag, guten, hallo Marc, ich hab grad eben dein Mecca-Video gesehen und es ist scheiße, also die Situation, äh, ja, ähm, genau, aber ich hab eine Lösung für dich, eine Lösung, eine Salzlösung, äh, eine, ja, eine Lösung, okay, ähm, genau, ähm, nämlich, wenn ich auf die Startseite gehe, ich geh so gut wie nie auf die Startseite, aber egal, ähm, ähm, ich glaube, da ist die Startseite, da ist die Startseite hier, nur Uploads anzeigen und hier geht er automatisch auf alles, also ich hab jetzt nicht geklickt, das hat man wahrscheinlich nicht gesehen, aber egal, ähm, ja, verantwortlich dafür ist ein Add-on, das heißt Tube Tools, das hat sich hier unten bei mir reingesetzt, klicke ich mal drauf, da kann man coole Sachen, ähm, machen, also man kann einerseits die Sprache umstellen, man kann andererseits viele nervige Funktionen von YouTube aktivieren und deaktivieren, äh, wenn ich dir das mal zeigen darf, ich seh zum Beispiel auch, ähm, wenn ich auf irgendein Video gehe, seh ich, wie viele Daumen genau nach oben oder nach unten gehen und ich seh zum Beispiel, ob nur ein Daumen hoch ist und, ähm, ob der Daumen eine Banane hat, ja, ähm, gut, und, äh, genau, und außerdem stellt das eben auch, das, das, die Seite hier immer auf alles und ich hab dann nicht mehr das Problem, dass ich umschalten muss, äh, ich hoffe, du kannst damit was anfangen, achso, wie du, wie du es findest, ganz einfach, ähm, Firefox Add-ons und dann, äh, Tube Tools, es konnten keine Add-ons gefunden werden, hm, aber ich bin mir sicher, dass ich es gefunden habe, Tube, Tube, 94 Ergebnisse, na, egal, ich setze den Link auf jeden Fall in die Beschreibung, da findest du es dann, ähm, Proxtube, Proxt, und dann weißt du auf jeden Fall, ähm, wie du es ändern kannst, wenn du überhaupt noch daran Interesse hast, also ich würde ja sowieso eher dazu tendieren, die Abo-Seite einfach zu nehmen, weil die viel praktischer ist, aber egal, ja, äh, ich find's jetzt grad nicht, aber, äh, Link gibt's in der Beschreibung und, äh, ja, viel Spaß, tschüss! Und dann, äh, ja, viel Spaß, tschüss!